Hallo und herzlich willkommen zum genuss7.de Wein Thema. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie lagere ich meinen Wein richtig? Dazu begrüße ich wie gewohnt unsere Weinexperten Jochen Mössner. Jochen, wenn ich mir einen Weinvorrat zulegen möchte und sicher sein will, dass er perfekt reift, worauf muss ich da bei der Lagerung achten? Perfekt lagerter Weinvorrat liegend in einem dunklen und belüfteten Raum bei einer Luftfeuchtigkeit von 75 bis 80 Prozent. Natürlich sollte der Raum auch frei von starken Gerüchen, wie zum Beispiel Heizöl sein. Man sollte darauf achten, dass er frei von Erschütterung ist. Die hohe Luftfeuchtigkeit nehme ich mal an, damit der Korken nicht austrocknet. Liege ich da richtig? Exakt. Die Luftfeuchtigkeit ist wichtig, damit der Korken nicht austrocknet. Je höher, desto besser. Aber mehr als 80 Prozent sollte sie nicht betragen, dass sonst Etikettschaden nimmt und der Schimmel im Kellereinzug hält. Gut für die Luftfeuchtigkeit sind zum Beispiel Kieselsteine auf dem Boden. Diese regulieren auf natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit im Raum. Auch Weinlagersteine aus Ton beeinflussen das Kellerklima günstig. Man muss sie nur ab und zu befeuchten. Die Temperatur im Raum ist doch bestimmt auch sehr wichtig. Jeder weiß ja, dass man Wein kühl lagern sollte. Welche Temperatur sollte denn im idealen Lagerraum herrschen? Der ideale Lagerraum sollte konstante 10 bis 12 Grad besitzen. Da stelle ich mir jetzt aber extrem schwierig vor, seinen Keller konstant auf 12 Grad runterzukühlen. Was passiert denn, wenn die Temperatur mal ein bisschen höher ist oder schwankt? Je wärmer der Wein gelagert wird, desto schneller reift er. Sicherlich sagen sie da viele, prima, dann kann ich ihn früher trinken. Dem ist aber leider nicht so. Unter solchen Bedingungen reift der Wein nicht harmonisch. Allzu eng sollte man das aber in der Temperatur nicht sehen. Wichtiger als die Temperatur selbst ist nämlich die Konstanz. Zu hohen Schwankungen sind viel schädlicher als ein paar Grad mehr. Konstante Temperaturen zwischen 8 und 16 Grad sehe ich als relativ unkritisch an. Also im Klartext, ideal wären zwar 12 Grad, aber wenn mein Keller das Jahr über zwischen Sommer und Winter mal so zwischen 10 und 16 Grad schwankt, ist das auch noch okay? Ja, das sehe ich als gute Lagerbedingungen an. Jedoch sollte die Temperatur langsam zu- und abnehmen. Das heißt, wenn ich tagsüber 16 Grad habe und nachts 10 Grad, dann ist das nicht ideal für den Wein. Ja, aber was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel gar keinen Kellerraum für so einen schönen Weinvorrat habe? Da gibt es zum einen die Möglichkeit, sich einen Weinklimaschrank zuzulegen und den Wein darin zu lagern. In diesem Fall handelt es sich um eine Anschaffung im 3- bis 4-stelligen Euro-Bereich. Eine andere Möglichkeit ist es, den Wein in einem unbeheizten Raum zu lagern, wie zum Beispiel im Schlafzimmer unter einem Bett. Aber für eine lange Lagerung ist das nicht ideal. Wenn ich jetzt keinen Weinklimaschrank habe, wie wäre es denn dann mit dem Kühlschrank? Um Himmels Willen, nur das nicht. Im Kühlschrank unterliegt der Wein ständigen Temperaturschwankungen. Das tut ihm nicht gut, den Kühlschrank immer normalerweise nur zum Temperieren oder für eine kurzfristige Lagerung von einigen Tagen. Und was hältst du von dem Klimagerät in dem Raum, den Raum auf optimale Bedingungen zuzubereiten? Ein Klimagerät ist wirklich ein wunderbares und empfehlenswertes Produkt, da sie Kälte und Luftfeuchtigkeit nahezu perfekt regeln. Man sollte hierbei die Stromkosten nicht vergessen, gerade heutzutage bei den steigenden Energiekosten. Eine letzte Frage. Wie lagerst du denn deinen beachtlichen Weinvorrat? In einem gut isolierten Keller mit Kiesboden. Ein kleiner Lüftungsschlitz sorgt für Frischluft. Zusätzlich habe ich Weinlagersteine und Zon für das Kellerklima. Vielen Dank, Jochen, für dieses informative Gespräch. Ich danke auch Ihnen, meine lieben Zuschauer, für Ihr Interesse und freue mich noch auf das nächste Thema hier bei genuss7.de. Bis zum nächsten Mal.